Ladies und Gentlemen, heute gibt es die schwierigste Channel auf Gesamt-YouTube und auf diesem Kanal. Erkennst du das richtige Logo? Funktioniert ganz, ganz einfach. Ich hab zwei verschiedene Logos. Einmal zum Beispiel das hier und einmal zum Beispiel das hier. Welches Logo von beiden ist richtig? Überleg 3, 2, 1... Meine Güter, das war das gleiche Logo. Alter, ihr seid ja so leicht zu verwirren. Aber das sind nochmal zehnmal schwieriger. Gucken wir uns jetzt an. Den Versprecher hat keiner von euch gemerkt. Gucken wir uns jetzt an, wenn euch gefällt. Ciao. Diesen Versprecher hat auch keiner von euch gemerkt. Bin ich dumm? Ja. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da schaffen wir auf diesem Video 5.555 Likes. Und wichtig, wer es schafft, als allererstes alle Fragen, alle Logos richtig zu beantworten, ohne einen Fehler, kriegt eine Überraschung von mir. Deswegen, bis zum Ende durchhalten. Es lohnt sich. Let's go. Meine Damen und Herren, which logo is correct? Wir fangen als erstes an mit Apple und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach, man. Wir haben zwei verschiedene Apple-Symbole. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass... Ich glaube, rechts ist richtig. Nee, links, links, was glaube ich? Links ist richtig. Oh mein Gott, bin ich blöd, Alter. Links. Easy. First Punkt für mich. Ich bin bis jetzt flawless. 20 Stück gibt es. Wer alle 20 schafft. Maschine, kriegst du eine Überraschung von mir, wenn du der Erste bist. Let's go. Also, so. Nummer zwei von 20. Which logo is correct? Mastercard. Oh. Oder das ist schwer. Das ist schwer. Wir haben links. Ah, ich sag links. Ich sag wieder links. Two for two. Links, let's go, baby. Komm. Drei, zwei, eins. Ah, Maschine, Junge. Der aller echte Junge. Bam, Alter. So macht ihr das, Alter. Wenn ihr flawless geht, so macht ihr das, Alter. Lernt vom Meister. Ich sehe es schon. Komm, nächste habe ich falsch, Alter. Nächste. Nummer 3. Oh, Pepsi. Bro. Oh mein Gott, ist es... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist rechts. Ich glaube, Brot ist oben rechts. Ich sag rechts. Rechts, 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 rechts. Ja, drei von drei Maschine, Junge, Alter. Bis jetzt alles. Ey, imagine ich schaffe alle 20 flawless, da bin ich der Erste. Dann kriege ich meine eigene Überraschung. So, Platz Nummer 4. Alter, Bruder, packe ich das auch? Which logo is correct? WhatsApp? Der ist einfach. Na, komm jetzt. Selbst du. Thorsten, Gerald, Miriam, Marianne, Isabella, ihr schafft es alle. Rechts ist richtig. Spaß, links natürlich. Vier von vier Maschine. Was ist los, Alter? Bruder. Ich gehe ja komplett steil. Bro, ich gehe ja komplett steil. Bruder, fünf von 20 jetzt. Which logo is correct? Bro, das ist ja gut. Das ist ein Kinderspiel. Adidas. Bro, was ist denn das? Links ist das Adidos? Ist das Bedidas? Rechts ist richtig. Meine Güte, Alter. Ist ja komplett blamabel. Wer auch immer da links gesagt hat, bitte, geh nach Hause, geh in die Erste Klasse zurück. Das meint doch jeder, Mann. Adidas-Logo kennt doch jeder von euch. Also macht doch jetzt mal nicht diesen. Nächstes Logo, komm jetzt. Alter, ich habe fünf von fünf richtig bis jetzt. Which logo is correct? Google. Oh, oh mein Gott. Bro, das ist tricky. Nicht, ich darf nicht meine Street kaputt machen. Ich sag, links ist richtig. Wenn das jetzt auch richtig ist, ich renne hinter und mache einen Puzzlebaum. Links ist richtig. Ja, ich bin ein erwachsener Mann und ich mache meiner Freizeit gerne Puzzle-Bäume auf meinem Bett. Maschinen. Alle, die bis jetzt sechs von sechs richtig haben Maschinen, Alter. Komm her, Junge. Und jetzt noch auf den Mund. Aber kurze Zwischenansage, es kommen jetzt zur Zeit jeden Tag ein neues Video. Jeden Tag hier, abends. 20 Uhr. Neues Video auf meinem Kanal. Wenn ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo da. Umsonst. Gratis. Besser geht's nicht. Weiter geht's, komm. Ja, der Quiz-Lowitsche-Logo is correct. Lacoste. Boah, das ist schwer. Okay, Mist. Bro, ich weiß es nicht. Ich glaube rechts. Ich glaube rechts. Ich sage rechts. Bitte, lass es richtig sein. Ja, ach, nee, 27 von 20, Alter. Bro, ich habe bald Hälfte richtig. WTF, Mann. Ich schwöre, ich habe... Ich schwöre auf alles, was ich liebe. Wenn ich davor angeguckt habe. Ich schwöre auf alles, Leute. Which logo is correct? Subway. Boah, Bruder, das ist böse. Das ist böse. Das ist sehr böse. Subway bin ich so selten. Ich glaube links. Ich glaube zuerst grün. Ich sage links. Ich sage links. Nein! Neh, wie der Essige-Chicken-Terriaki oder Chicken in dein Gesicht, Alter. Ich hole den Pumpt um, Alter. Ich werde euch an... Oh, Mann, ey. Eins falsch. Which logo is correct? TikTok. Mann. Junge, das gibt es doch nicht. Links ist richtig. TikTok ist easy, Mann. Boah, das nervt mich gerade so sehr. Wenn ich Subway als einziges falsch habe, ich werde Subway direkt nach diesem Video eine Beschwerde-E-Mail schreiben, Mann. Meine Güte, Alter. Mir fällt gerade auf, ich habe den fettesten Pickel der Welt hier. Oder Pickel, was geht ab, Alter? Heute machen wir jetzt so ein zweites Video. Boah, das weiß ich nicht. Which logo is correct? Das sind die olympischen Ringe. Boah, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sage links. Ich sage links. Ich habe keine Ahnung. Ich sage links. Bro, okay, gut. Zwei falsch. Was soll ich machen? Boah, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. WTF, Mann. Ganz seltsam. Which logo is correct? Burger King? Bro, ich sehe keinen Unterschied. Bro, ich sehe keinen Unterschied. Bro, ich schwöre, ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Rechts ist richtig. Hä, wo ist der Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Hey, Moment, mal, das Stopp ist seltenig. Jetzt geht es bergab, Alter. Meine Karriere. Moment, warte, Stopp. Interview. Ich kann das erklären. Meine Damen und Herren, hallo. Ich möchte mich ganz kurz dazu äußern. Ah, Mann, ich habe den Text vergessen. Ich weiß auch nicht, warum ich verkackt habe. Oh, meine Güte. Was soll denn das, Alter? Which logo is correct? NASA, NASA. Jetzt wird es schwer. 12 von 20. No joke. Wer auch immer jetzt 12 von 12 richtig hat. Gestörte Maschine. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Ich sage rechts, links, rechts, rechts ist richtig. Rechts, rechts. Pass auf. Ach, Bro. Bro. Ey, ich habe keinen... Na, das ist jetzt einfach nur noch ein schlechter Joke. Was ist denn das jetzt? Vier Stück falsch. Junge, jetzt bin ich auf einer Negativstreak, oder was? Bro, das kann doch nicht sein. Which logo is correct? Tommy Hilfiger. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts von der Marke. Ich habe eine Cap. Bro, wo ist die Cap? Ich finde die Cap nicht. Links, äh, rechts, rechts ist richtig, rechts. Ah, Tommy Hilfiger, Maschine, Bruder. Ich bin wieder back, Alter. Vier Stück falsch. Sieben Stück gibt es noch, meine Damen und Herren. Alter, Schwede, ich habe fast links gesagt. Bro, ist das so schwer auf einmal? Which logo is correct? Windows, ganz klar, links. 100% links. Wenn links nicht richtig ist, Maschallah, Alter. Nehmt meinen Kanal, lockt euch ein. Ihr dürft hochladen. Auf geht's, kommt, links ist richtig. Ich will nichts hören. Kommt, ich will nichts hören. Ihr kriegt meinen Kanal nicht. Weg da, komm, Maschine, Alter. So, wir klären das weiter. Gut, ähm, wir haben als nächstes Logo Ikea. Und das ist ja voll einfach. Bro, wie hässlich sieht denn bitte Ikea mit gelbem Hintergrund aus. Das ist blauer Hintergrund, natürlich. Rechts ist richtig. Die letzten fünf. Werden wir die noch packen, Leute? Werden wir da eskalieren oder nicht? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ikea, richtig. Okay, weiter geht's. So, nächste, 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 bitte. Gute Tage, bitte. Teller und bitte wollen, chicken nugget. Which logo is correct? FedEx. FedEx müsste... Oh, da habe ich leider keinen Plan. Bestelle ich nie was von. Einzige Mal, wo in meinem Leben was von FedEx kamen, waren die YouTube-Play-Buttons. Ich sagte rechts. FedEx ist rechts, richtig. Dankeschön. FedEx, ich bestelle ab heute nur noch bei euch den Markey-Merch, den es immer noch gibt. Habe ich überhaupt noch Merch? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn ich noch Merch habe, ich weiß auch nicht. Schaut mal in die Beschreibung. Leute, also ich muss ehrlich sagen, ihr habt keine Ahnung mehr, ob ich Merch habe. Habe ich noch Merch? Und ich glaube, www.markeychshop.de, Werbung an dieser Stelle. Ich glaube, da ist noch Merch von mir online. Okay, which logo is correct? BMW, BMW. Boah, ich muss ehrlich sagen, mein Herz gehört Mercedes. Ich finde BMW auch wunderschön. Ich liebe, egal welche Automarke, aber BMW ist, glaube ich, links. Meine Freundin kippt mich, wenn ich das falsch habe. Links, richtig. Boah, meine Freundin hat mich so getötet, Alter. Die ist BMW-Fan des Todes. Boah, die hat mich getötet, ey. Bruder und ihre Family hinterher, Mann. Die hätten mich alle vom Bus geschmissen. Okay, which logo is correct? Domino's Pizza habe ich auch noch nie in meinem Leben bestellt. Noch nie. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass 1, 2 ist. Aber irgendwie gefällt mir 2, 1 mehr. 2, 1 Domino's Pizza. Ich sage rechts. 2, 1 Domino's Pizza. Bam, Alter. Das nennt man Intelligenzquotient. Für alle, die sich gefragt haben, was IQ ausgeschrieben heißt. Jetzt wisst ihr es, meine Damen und Herren. Wieder was gelernt im Markis Unterricht. 19 von 20. Bringt. Ach, komm. Alrighty, Bro. Was soll denn das, Alter? Wer nimmt denn da die grüne Schleife? Bist du komplett... Äh, deppert. Links ist richtig, Alter. Links natürlich, Bro. Jetzt ist es wieder einfach, aber die mittlere Partie war so schwer. Das letzte. 20 von 20. Meine Damen und Herren, wird es jemand als allererstes... Alle komplett richtig haben. 20 Stück. Wir gucken Instagram. Schwierig. Sehr schwierig. Das ist böse. Ich sage, es ist... Rechts. Ja, meine Damen und Herren, und mit diesem Urteil schalten wir ab. Ladies und Gentlemen, Instagram habe ich auch noch geschafft. Das war Logo. Welches Logo ist richtig? Geiles Video, wenn ihr mehr davon wollt, den zweiten Teil. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Weihnachts-Countdown ist da. Es gibt jeden Tag jetzt ein neues Video. Ich freue mich sehr. Ich küsse euer Herz. Und dann sehen wir uns morgen wieder, okay? Morgen um 20.15 Uhr, okay? Jeden Tag 20.15 Uhr neues Video. Ich küsse euer Herz. Klickt hier aufs letzte Video. Bis dann. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.